Abflug! Abflug! Wie war, wie hieß denn das eigentlich beim 1er gewesen? Gab's noch nicht sowas? Bei was? Beim 1er. Das weiß ich nicht, das 1er habe ich nicht gespielt. Ja jetzt war es doch gar nicht online, oder? Wollen wir gleich mal in Luft drehen machen? GTA 1 ging nicht online. GTA 2 ging online? Auf jeden Fall ging es im Netzwerk. Im Netzwerk ging es von Anfang an? Ja, im Laden ging, aber es ist immer über das Drittprogramm gegangen. Da GTA 2 war ja noch von oben die Ansicht. Ja, das ist doch geil. Das sollten alle installieren und spielen. Da habe ich mit dem Panzer rumgefallen und habe die Häuser angezündet. Ja, gute Wahl McLean. Kill Frenzy! Mach Regen, mach Regen! Ja, mach Regen, mach Regen! Warum gibt es eigentlich Kill Frenzy nicht mehr? Ich prangere das an, ich möchte, dass es wieder Kill Frenzy gibt. Lass uns irgendeine Scheißkarre nehmen von der Motorräder. Ja, da gibt es nicht Scheißkarren. Dann gucken wir, was es noch gibt. Das kleine, das kleine Mofa. Es ist Sergio, oder wie das heißt. Alle mit 30 Sachen. Ich bin Pizzabote, meh, 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 meh. Das nehmen wir jetzt. Ja, die Dämon dann. Die Dämon, okay. Die Dämon oder halt die Severino. Ich habe jetzt die Dämon genommen. Die Dämon. Die Dämon. Die Dämon halt. Die Dämon jetzt, ja? Ja. Ähm, danach machen wir mal ein Luftrennen mit, äh, Cargobobs. Mit Cargobobs? Nein, mit Titans. Das werden wir nicht überlegen. Ich finde, die Cargobobs kann man so schöne Farben machen. Die Farben sind so geil auch. Ja, stimmt. Die Cargobobs haben so richtig geile Farben. Muss man ja mal zugeben. Oh ja, ihr sind ja auch alle aus dem Superverbrecher auf diesem Motorrad, ey. Hauptsache ein Superverbrecher. Mit meiner kurzen Hose. Oh yeah, bitch da, bitches. Really? Ihr müsst euch mal mit dem linken Stick nach vorne lehnen, ey. Das sieht so lustig aus. Ja man, ich geb Gas, ich geb Gas. Ich zeig den Stinkefinger. Hauptsache ich kann Windschatten mit dem Ding aufnehmen, ey. Boah. Warum bremst du? Ich hab Panzer und ich hab Pfälzer. Nee. Und Hauptsache, der ist eine Sekunde später wieder da. Alter, was ist denn da? Ey. Boah. Endkurve. Nein, scheiße. Verkorb. Ja. Das ist mein Finger. Leid. Fick dich mit dem Windschatten. Boah. Nee. 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 Boah. Hauptsache kommt da vorne ein, ey. Ja. Boah. 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 Alter, ey. Was geht denn da? Boah. Fuck you. Boah. Aber ich komm wieder. Boah. Boah. Ey wie kannst du so schnell sein da vorne du cheatest doch, ey. Ja. Jetzt willst du aber langsamer, hörst du schon. MacLei. うん. Ja, ich verkirst du zu theory. Er hat der Heinrich Jahr dieses Aufholserboden. Er hat doch an. Es schmeckt mir so fleischig. Der Typ steht ja schon seit 3 Stunden bewusst und da war was. Also, habt ihr ne volle Fläche? Äh, Fläche sag ich was? Habt ihr ne volle Fläche? Nein, wir haben noch Platz. Der Kurs kommt von hinten, Alter. Dann hol ich die jetzt. Ich hab den Hinterlader. Fuck, letzte Kurve. Scheiße. Ich war letzte. Ich war letzte. Ich bin jetzt noch gar nicht. Hab ich mich jetzt mal eingeholt oder nicht? Nein. Doch, du hast mich eingeholt. Du bist fünftiger geworden. Du bist da wie Ronny. Guck mal auf die Zeit gleich. Oh, der Penis. Du hast da gewonnen. So ein Penis. Glückwunsch. Hammer, gell? Ja, Alter. Alte Frankfurter Bock, wo warst du? Du alte Ritzwurst, wie man ja so schön sagt, ne? Was? Warst du eigentlich schon mal jemand in Grefelsings Wurst essen? Ne? Das sind die Gute, oder was? Das sind die Besten. Ah, ja. Die gehen bis nach Japan. Alter, hätt ich doch fast gekriegt, ey. So eine alte Frau irgendwo. Ey, guck mal, Mecklen. 0,5. Alter, guck mal. Ich hab die beste... So Luftrennen. Luftrennen, Jungs. Wo ist denn hier Luftrennen? Ne, Gott. Ne, ich. Besuch eins. Nimm doch weiter, immer. Ja, ich hab mich gedreht. Ich hab mich gedreht. Ich hab mich gedreht. Boah. Er hat mich gedreht. Boah. Wer war denn da am Weg jetzt? Ich. Mann, 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 Sonic, ey. Alter, ich hab grad mal die McTain weggeschoben, schubb ich auf den vierten Platz. Dankeschön. Ja. Wo schlägst du die auf? Wo schlägst du die auf? Okay, wir haben.